Jo moin moin, heute ist es für heute wieder ein ganz besonderes Video, ein Format, was jeden von euch extrem auf diesem Kanal gefällt, denn heute werden wir wieder in leider jedes Deck von so einem Gegner kopieren und wollen höchstmöglich pushen. Wenn ihr sowas in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, öfters sehen wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, schreibt euch gerne mal wieder rein, welche Episode ihr gerne mal wieder sehen wollt, ob ich mal wieder eure Decks spielen soll oder ob ich mal gegen euch antreten soll, das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Und natürlich auch sehr gerne den Kanal kostenabonnieren und natürlich auch sehr gerne einen Creator Good Morten im Shop denken und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video rein in die Games. Ich bin gespannt, was du für Games bzw. was du für Decks heute erwischst. Ich bin nicht so ein Fan von Geldraisen. Boah, gute Skilllies, wir kriegen nur ein Bomb mit deswegen. Was heute ist so gut ist. Nice. Maximilien, 9386. Danke, der Kuschkos, und das erste Auto. So ein Auto braucht es auch wieder eine andere Frage, wenn man nicht mal Auto fahren kann. Das hat der Gott gelesen, Tobi. Geh pennen großer. oder die bürgerns log Untertitelung des ZDF, 2020 Und der ist die nicht Oh, so viel damage, let's go Oh, so viel damage, let's go Ich hab in den Hit getrusted Ich hab in den Hit getrusted Zurecht Zurecht Danke Bomber, Kuss So, Rio, man, danke für die 11 Morde Kuss, Bruder, vielen, vielen Dank Das erinnert mich an das Tobi-Spirit-Hawk-Deck Mhm Guck 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 Ich hab so Hunger, Däcker Wär ich jetzt Goat, würde ich mir Nudeln machen Aber ich kann nicht Nudeln kochen, Bruder Bin zu dumm Oh 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 Was das ist echt komisch was ist passiert was ist los in den lightning reingeloggt es war ein mega main carry zeit wo man mega main metamin genannt hatte auch komplett lustig oh was ich frage sich wie viel damage unsere ganzen spells zusammen machen irre ich bin der beste giant bowler spieler ohne gray wert dennis sagen sie am start was kuss kuss ist diese lena frau ich kann nicht mehr ich will das nicht mehr es geht aber ich bin der beste ob das was smartes von mir wenn die gleiche lena ist zu spammen aber ich hoffe dass der golem angeschwellt wird der aber irgendwie nicht das war sehr gut verteidigt okay Vielen Dank. 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 Oh ja, ich bin gerade gekommen. Ich bin immer langsam. Stimmt, alles tot. Was ist der Turm? Irre. Irre. Wir pumpen. Schade. Ich bin immer eine Banane.